Jo Leute, hier ist euer Empyuzo und der Braingaming hat zur Zeit irgendwie keinen Bock Videos zu machen, also er meinte, ich soll irgendwie so eine Ausrede sagen, dass sein PC oder so kaputt ist oder sein Sony Vegas oder so, aber das ist halt Schwachsinn, auf jeden Fall hat er keinen Bock Videos zu machen zur Zeit, ja und deswegen kommt nix, ja, euer EMP-Doppel-I-O, der Boss is over and out here bitches, no homo.